Vorname Marek Tomas Nachname Suchi Spitzname Suchos Domi in Switzerland, Watzlösch in Czech Alto 29 28 Grösse 183 189 Schuhgrösse 9,5 US 11,5 Schreie mal Ho! Wah! Grüße, dein Kollege Hi Domi Ciao Marek Welche drei Sachen würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? My Smartphone Football Ball and Czech Beer My wife Czech Beer Wifi Router Was war dein Lieblingsschulfach? Break Between Learning Check Wie war dein ersten Kurs? Very nice Short Mit wem? With a girl With a girl Beschreib dein Kollege mit drei Wörtern Very nice man Best friend Really good guy And a really good defender Die schlimmsten Auftritte? Probably Probably The game When I scored An own goal Euro Under 19 Semifinal Welches war in die höchsten Spiele? To play against Real Madrid I had the opportunity to play against Iker Casillas Was gibt 4x7? 28 28? Schweizer oder tschechisches Bier? Czech Beer Czech Beer Schweizer oder tschechische Frauen? Czech Women Czech Women for sure Was gefällt dir am besten an dir? My character I think I'm friendly Wer ist der beste Stürmer? Ronaldo Best striker ist Ronaldo Was magst du überhaupt nicht zum Essen? Broccoli Fish soup The tradition in Czech for the Christmas Is fish soup And I don't like Berier deine Nase mit der Zunge? No I will not try it No Das Wichtigste in deinem Leben? My family and my children My family Der lustigste Teamkollege? Davide Cala Davide Cala Deine ersten Worte zu deiner Frau? Do you wanna dance with me? I think nice to meet you Pfeiff einmal This is my maximum I cannot I cannot